Guten Tag miteinander, ich bin Amide Mathieu von der Kellerei Albert Mathieu & Söhne AG. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, wir arbeiten seit bald über 100 Jahren auf dem Wein. Für das Naturparkmenü empfehlen wir euch den Forestier. Der Forestier ist aus dem Herzen des Naturparks Fienfensch. Meine Grosseltern haben hier gelebt, haben hier einen Bauernhof betrieben. Heute bereuen ich hier einen Reben ab. Er kommt also wirklich aus dem Herzen des Naturparkgebiet. Zum Tisch & Menü passt er extrem gut, weil er eine feine Bärennoten hat. Weil die Eleganz sich gut mit dem Naturfleisch verbindet. Und was bleibt mir eigentlich dazu zu sagen? Gesundheit geniessen Sie! Einen schönen Rufenthalt hier! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020